Darf ich vorstellen, per S unser neuer Pilot im Maßstab 1 zu 7, ähnlich aufgebaut wie unsere größeren Piloten per L und per XL und aus dem gleichen Material natürlich. Und der hat eine ganze Menge cooler Features und die zeige ich euch jetzt mal und dafür tun wir den hier weg und nehmen den hier als Beispiel. Das erste ist, genau wie bei den größeren Piloten haben wir den Technikraum im Bauch des Piloten. Hier sieht man jetzt den Empfänger, dahinter sind jetzt die ganzen Kabel, deshalb ist das ein bisschen eng, aber natürlich ist es halt auch was kleiner. Der PS hat von uns ein GFK Gurtzeug spendiert bekommen, was so im Flugbetrieb nicht kaputt zu kriegen sein dürfte. Also das ist wirklich mega stabil. Und hier oben sieht man ein richtig schönes Feature, ähnlich wie unsere Emotion Tragestange vom per L und per XL haben wir hier ein Schnellwechselsystem, das es uns ermöglicht den Piloten in Sekundenschnelle mit dem Schirm zu verbinden. Seitlich eingebaut haben wir ins Gurtzeug die Beschleuniger-Servos, die ermöglichen uns eine extrem geradlinige Beschleunigung, zieht halt sehr gerade den A-Tragegurt herunter und das ist sehr präzise in der Luft und es macht einfach Spaß, damit am Hang, wofür dieses Modell ja auch entwickelt ist, halt wirklich rumzucruisen. Je nach Schirm ist das Ganze sehr, sehr effizient. Im hinteren Bereich des Gurtzeuges haben wir sehr viel Platz für einen Akku vorgesehen und der geneigte Zuschauer wird es auch schon erkannt haben, hier ist ein Regler verbaut. So und der kommt nicht von ungefähr, weil hier hinten ist eine Rändelschraube. Und wenn wir die abschrauben, dann können wir, tadaaa, hier gibt es einen Propellerring mit Motor. Wenn wir die Kabel unten einfach anschließen, das erspare ich mir jetzt, dann können wir hier oben haken wir den einfach ein, zack, unten wird er dann mit dem Loch auf die Schraube gesetzt und mit der Rändelschraube gesichert und schon haben wir einen kompletten Motorflieger und können im Flachland damit super fliegen, natürlich in den Bergen auch, aber jetzt haben wir halt einen Motorflieger. So und wir sind sehr, sehr frei, was die Gestaltung dieses Antriebssystems halt angeht und so haben wir halt mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise noch eine kleine Motorhalteplatte als Beispiel, wenn man einen Klapppropeller verwenden möchte. Oder, wenn man sich das nicht traut, aber trotzdem mit wenig Ring fliegen möchte, quasi ein Viertelring, der es quasi ermöglicht, dass die Leinen nicht in den Propeller kommen, man aber trotzdem die Optik eines Gurtzeugs ohne Propellerring hat. Ja und so hat man eigentlich drei Modelle in einem und kann damit schon richtig gut loslegen. Aber wir haben noch ein viertes Feature und das ist unser Trike und dieses Trike ist auch eine richtig coole Geschichte, weil dieses lässt sich auch wieder in Sekundenschnelle mit dem Gurtzeug verbinden. Und das zeige ich euch jetzt mal. Es wird einfach hier vorne in den Bolzen eingehängt und hinten mit einem CFK-Stab verstiftet. Und das ist so konstruiert, dass es sich in der Luft halt nicht lösen kann. Ah jetzt komm, jetzt geh auch rein. Zack. Aber am Boden halt super einfach zu handeln ist. Und es ist mega stabil. Also wenn ich jetzt hier mal versuche dran rumzubiegen, da biegt sich also gar nichts. Und so haben wir auch noch eine vierte Möglichkeit mit diesem Teil zu fliegen. Und das macht auch richtig Spaß. Bodenstarts, Touch and Go's und so weiter und so fort. So funktioniert halt mit dem PRS alles vom Segelflug über den Motorflug bis hin zum Trikeflug. Alles perfekt. Ja und wir denken das macht eine ganze Menge Spaß und ihr werdet damit auch Spaß haben. In diesem Sinne, tschüss. Go!